Gude. Hallo. Gude. 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 Ja, Gude. So sagt man in Mainz. Hallo. Mainz gehört. Der Podcast. Für. Über. In Mainz. Der schönen Stadt am Rhein. Hallo. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mainz gehört. Ich glaube, so offiziell haben wir noch nie einen Podcast angefangen. Keine Folge. Stimmt. Nee, glaube ich auch noch nicht. Nee, dann fangen wir nochmal von neuem an. Hallöchen. Gude. 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 Man hört, wir sind nicht alleine in unserem kleinen Aufnahmestübchen mal wieder. Nein, nein. Das ist richtig. Wir dürfen heute wieder zwei sehr spannende Persönlichkeiten begrüßen. Ja, die dürfen sich mal selbst vorstellen. Wie wär's denn damit? Ah, okay. Also, Gude. Ich bin Bianca vom KIA 1 Team und darum wird es auch heute gehen hauptsächlich, aber nicht nur. Ja. Ja, und ich bin Andreas auf dem KIA 1 Team und manche Leute kennen mich in Mainz auch vom Impro-Theater. Also, Impro-Theater, das ist auch ein spannendes Thema. Aber KIA 1, was ist das? Das gibt es noch nicht so lange, oder? Nee, KIA 1 gibt es jetzt vielmehr. Es startet am 30.03. mit unseren Premierenveranstaltungen. KIA 1 ist so eine Liebesgeschichte, kann man schon fast sagen. Wenn sich Menschen in Mainz bei einem Wein treffen, dann redet man miteinander und dann sieht man was und dann werden Ideen gesponnen. Und deswegen startet jetzt KIA 1 am 30.03. Ich weiß ja nicht, wann ihr ausstrahlt. Und das ist eine ganz tolle Geschichte in Mainz-Ebersheim. Oder? Ja, auf jeden Fall. Doch, auf jeden Fall, ja. Trifft zu? Es trifft zu. Und es war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Oh, klingt schön. Ja, das klingt wirklich schön. Das ist eine Voraussetzung für was Gutes. Ich habe eine spontane Aufgabe für euch. Und zwar, wenn im Duden KIA 1 steht, was würde als Zweizeiler darunter stehen? Uiuiui. Weinselige kulturelle Veranstaltungsreihe? In Mainz-Ebersheim. Also es wäre direkt in Wikipedia steht es dann auch direkt in Mainz-Ebersheim demnächst drin. Es muss nur noch jemand reinschreiben. KIA 1 heißt ganz einfach Kultur im Römer 1. Es ist ein ganz toller Saal in Mainz-Ebersheim beim Weingut Bäcker. Ja, und die Geschichte ist ganz einfach. Das war letztes Jahr beim Weinfest. Ich fange mal ganz einfach jetzt zu erzählen. Ihr sagt ganz einfach Stopp, wenn es zu viel wird. Start. Stopp. Start, stopp. Pass schon. Auf jeden Fall, letztes Jahr war das Weinfest da im Dorf in Ebersheim. Und Bianca und ich, wir sind halt aus dem Bus ausgestiegen. Wir fahren immer hier durch die Ländereien mit den Bussen, weil wir auf öffentlichen Nahverkehr stehen. Das ist aber ein anderes Thema. Da ärgere ich mich manchmal auch drüber. Auf jeden Fall kommen wir an beim Weinfest. An Ebersheim gehen zu diesem besagten Weingut Bäcker hin und auf einmal... Wir wurden hingezogen. Wir wurden hingezogen, ja, mag ich. Also Ebersheim... Wir wussten nicht, wo wir hingehen sollen, wirklich. Und dann habe ich gesagt, nein, die haben einen netten Aufsteller. Wir gehen jetzt links, wir gehen in den Hof. Genau. Und dann saßen wir im Hof, saßen unseren ersten Shoppen und den zweiten Shoppen. Ich wollte auch gerne noch einen dritten Shoppen trinken, weil auf drei Beinen kann ich bloß stehen bei den Shoppen. Und auf einmal hoffte sich so ein langer Typ neben uns, so ein bisschen lockige Haare und sagte, Gude, ich bin eine Mago. Seid ihr schon drogge? Seid ihr schon drogge? Und jetzt haben wir gedacht, okay... Gerade ist angefangen, hä? Ja, 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 ja. Willkommen im Club der anonymen Weintrinker in Mainz. Nee, er machte eine Anspielung. Wir haben gedacht, okay, wer schwätzt uns denn jetzt von der Seite an? Und das lag ganz einfach dran. Er meinte, seid ihr schon trocken, weil wir halt ein Wochenende vorher bei der Johannesnacht gegautscht worden sind. Bianca geplant, weil sie gegautscht werden musste als Kommunikationsdesignerin da. Ja, und jetzt nochmal schöne Grüße, falls du es hörst. Haro Neuhart, der Gautschmeister und Bianca. Hallo, unbekannter Weintrinker. Haro könnt ihr dann wieder sehen bei der Johannesnacht, wenn er dann wieder die Jungs und Mädels in die Bütt schmeißt. Auf jeden Fall haben die beiden dann ganz toll. Ich als Rheinländer durfte dann auch in die Bütt, weil sie hatte einen Wunsch freigabt beim Gautschmeißen und sagt natürlich, naja, dann soll der Alte auch in die Bütt. Große Ehre. Genau. Auf jeden Fall. Es war die erste spontane Gautsch-Aktion eigentlich. Sowas gab es eigentlich vorher noch nie. Ha. Das gab es nicht. Das ist ja für Furore. Und das erste Paar, mehr oder weniger in der Bütt. Wow. War schon eine große Ehre. Auf jeden Fall. Auch für mich so. Es gab auch viele Tränen. Aber die hat man ja nicht gesehen, ne? Nee, ist schon alles egal. Das war eine totale Ehre für mich nach 25 Jahren gemeinsam mit Margit Spohnheimer, mit Margit in der Bütt zu landen. Also wir waren nicht gemeinsam baden, aber sie hatte auch die Ehrenbürgermeister. Wer war zuerst drin? Das ist die Frage. Margit. Margit. Danach habt ihr euch wochenlang nichts gewaschen. Nie wieder gewaschen. Seitdem hält. Man riecht es, oder? Nee. Wir lohnen es. Das ist der Margit oder Margit. Auch liebe Grüße an Margit. Ja, Margit. Die ist auch ganz großartig. Ja, das stimmt. Zurück zum Kehr 1. Wir saßen da. Marco, lockige Haare, Windmaschine. Hockte sich unten vor und sagte, seid ihr schon wieder trocken? Und meinte dann zu mir so ganz juwial, wir kennen uns von Facebook. Sag ich, ja, okay. Und dann haben wir verglichen. Wir waren seit zwei Jahren befreundet bei Facebook. Wunderbar nettes Gespräch. Und auf einmal sagte, darf ich euch was zeigen? Bianco und ich guckten sich an. War schon ein bisschen gruselig. War schon ein bisschen komisch. Du kennst dich noch nicht. Und aus Ebersheim hört man ja so manche gruselige Geschichten. Ja, komm, ich zeige dir einen echten Hasen. Nein, nein. Ja, ja, einen echten Hasen. Den Weinkeller vielleicht auch ganz beliebt. Aber den Hase lassen wir heute außen vor. Ja. Oh ja. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall haben wir uns dann doch dazu entschlossen, mit Marco Becker mitzugehen. Und er führte uns durch sein, wie nennt man, Gutshaus vom Weingut. Durch das Gutshaus. Treppe hoch, knarrende Treppen, Eichenholztreppe. Und noch eine kleine Gastronomie. Und dann kamen wir rein, er machte die Tür auf und boah, und wir waren in den 20er Jahren. Ein Theatersaal aus den 20er Jahren. Mit Säulen und Kronleuchtern. Wow. Und Plüschvorhang, Samtvorhang, rot gestrichen. So rote Samttapete oder irgend sowas. Also ganz toll. Und Marco meinte bloß, meinte, wir können hier was machen. Was denn? Ach, was schwebt dir vor? Heute Morgen oder? Das heißt, es wurde aber auch gar nicht genutzt vorher. Doch, es wird schon benutzt, manchmal für Hochzeiten auch. Und dann hat auch schon mal ein Theater dort gespielt, irgendwie so ein Freizeittheater. Aber sonst, nee, und er wollte halt mehr machen. Und er hat uns, also wir werden schon immer ganz gut beobachtet in der Stadt, was wir so machen. Und wir haben schon mal den Ruf weg, wir kennen uns aus mit Kunst und Kultur. Kennen wir aber gar nicht, wir sind nur viel unterwegs. Also, sie kennt viel über Kunst. Ihr seid überall dabei, oder? Wir sind überall dabei. Irgendwie schon. Und dann sind wir wieder nach Hause gegangen, noch ein paar Shoppen und haben überlegt. So viel Shoppen, so war es gar nicht. Doch, wir waren auch in dem anderen Wein. Das ist in Mainz nicht ungewöhnlich, das ist für dich normal. Nein, und wir waren sehr, sehr euphorisch, wirklich. Und dann haben wir drei Tage, wir waren so hippelig und haben dann auch einen Termin ausgemacht mit Marco und haben dann die ganze Familie Becker getroffen. Und dann ist es langsam gewachsen. Ja. Daraus ist jetzt Kehr 1 geworden, Kultur am Römer 1. Und dann haben wir jetzt die erste Veranstaltung. Wir machen jetzt dieses Jahr vier Termine in diesem Saal und hoffen, dass immer ganz, ganz viele Leute kommen. Und sind jetzt noch am Programm, stricken. Ja genau, also wenn jemand irgendwie was anzubieten hat, wir sind offen für Künstler. Eigentlich für fast alles, kann man sagen, was Leute unterhält, was ein bisschen kulturell ist, was auch ein bisschen außergewöhnlich ist. Jetzt nächsten Samstag starten wir halt am 30.03. mit einem wunderbaren Singer-Songwriter-Duo hier aus Mainz und aus Fulda zusammen. Zwei junge Frauen, die wir auch schon mal gehört haben, die spielen eigene Songs, spielen ein paar Cover-Songs. Das Duo M, M & N. Nee, M, N, N, M. Also M, M, M. M, M. Wie diese kleinen Dinger da, die man sagt. Genau, die kleinen Dinger. Die beiden heißen halt Martha. Madeleine und Martha. Madeleine und machen wunderbare Songs. Wie seid ihr auf die gestoßen? Och, das ist auch wieder so jeser Geschicht. So, wie so Boy-lastig-Geschicht. Also, Martha hat mal im Weinhaus Michel gearbeitet. Und dann hat sie auch mal da gespielt mit ihrer Freundin. Und so kam das eigentlich, der Kontakt. Und hier auch schöne Grüße an Astrid und an Stefan vom Weinhaus Michel. Ich glaube, wir müssen noch Werbesendungen jetzt auf Taschen. Wursicht. Schleichwerbung. Nee, das ist keine Werbung. Das ist ganz einfach nur für mich. Das sind Lebenserhaltungsbetriebe. Von daher ist das, durchs Gesundheitsministerium wird das gefördert. Ach so. Ja, und jetzt machen wir Key 1. Und das wird ganz toll. Martha und Madeleine machen halt, wie gesagt, ist unser erster Show-Act am 30.03. Das ist sehr schön. Und danach haben wir noch zwei Termine im Sommer und im Herbst. Die haben wir noch nicht bestückt. Und im November haben wir dann dieses Jahr die letzte Veranstaltung. Da wird ein, die Überraschung, ein Improvisationstheater auftreten. Nämlich mein Ensemble, wo ich mitspiele, von Restrisiko aus Wiesbaden zwar. Aber wir sind so eine gemischte Truppe, Wiesbaden-Mainz. Und da machen wir was ganz Besonderes. Im November jetzt schon Hinweis. Merken, ich glaube, 30. November ist es. Da improvisieren. Wir haben uns einen Frauenchor eingeladen. Und die singen Songs, die wir nicht kennen vom Impro-Theater. Und nach den Songs improvisieren wir Szenen da drauf. Also eine spannende Geschichte, die haben wir schon mal gemacht. Das heißt, das Publikum wird da mal in Ruhe gelassen? Die werden in Ruhe gelassen, ja. Aber bei Impro-Theater ist ja auch bekannt, dass da auch mal der eine oder andere... Die große Sorge jedes Publikums. Nein, wir gehören zu den Lieben im Impro-Theater. Ihr wisst, was ihr tut, ihr braucht keine. Wir haben doch alles geprobt. Spielst du auch mit, Bianca? Nein, mag ich nicht. Nee, das wird nicht gut gehen. Nein, das wäre... Wieso? Das ist, nee, das ist, glaube ich... Da treffen sich... Das ist halt wie im Beruf auch. Du musst ein Gegenüber haben. Du brauchst die Sachen nicht nachher nochmal mit nach Hause zu nehmen, im Endeffekt, wenn was schiefgelaufen ist, weil... Nur bei Kier 1 und bei den anderen Projekten, wo wir nur zusammenarbeiten oder sonst... Ja, aber da geht es. Da haben wir die Frage. Aber das ist so, manchmal komme ich auch von der Bühne und sage, was für ein Mist war das jetzt? Und sie sagt eigentlich, das war gut oder das war nicht gut. Nee, nee. Aber du sagst auch mal, das war nicht gut. Das ist doch schon mal Gold wert. Ja, doch, doch. Ich bin sehr brutal ehrlich. Sehr gut. Ja, das ist Kier 1. Spannend. Also ich bin gespannt, was da dieses Jahr dann noch kommt an Events. Das heißt, es ist jetzt noch ganz offen. Eigentlich schon, ja. Ja, für die zwei Termine so. Also für die zwei Termine ist es, glaube ich, im Juni und im September. Da suchen wir noch. Ja, genau. Also wenn irgendjemand da draußen, der den Podcast hört, irgendwas Tolles hat, eine schöne Gruppe hat irgendwie. Es kann Jazz sein, es kann Theater sein, es kann Kabarett sein. Also wir sind da komplett offen. Ihr seid in diesen Raum reingekommen und man hat ja immer so einen ersten Eindruck oder malt sich vielleicht auch mal was aus, was man sich so vorstellt, was hier passieren kann. Gerade, weil die auch gefragt wurde, kann man hier was machen? Was war denn so euer erstes Bild, was euch in den Kopf geschossen ist, vielleicht jetzt jeweils unabhängig voneinander, wenn ihr es noch wisst? Also ich habe gedacht, am besten vom Sperrmüll irgendwie ganz viele alte, so plüschige, furchtbare Sessel irgendwie ranschleppen und dann irgendwie so ganz so eine chillige Party. Ja. Oben so ein bisschen Musik und unten halt trinken und rumlaufen und vielleicht auch ein bisschen tanzen, aber das lässt der Boden wohl noch nicht so zu. Wir brauchen ja noch, wir brauchen ja noch einen Tanzboden auf jeden Fall, ja. Ja und ich habe direkt so, ich bin manchmal ein bisschen so in Gigantonomie irgendwie so ein bisschen groß. Ich habe direkt gesagt zu Alexandra Becker, zu der Frau von Marco, habe ich direkt gesagt, geil, hier kann ich endlich mal die Rocky Horror Picture Show inszenieren. Weil da ist noch ein Ruf dabei mit einer Treppe und ich habe gedacht, boah, wenn da einer mit so einer Harley irgendwie die Treppe rampe und dann auf die Bühne drauf, kannst du wunderbar machen. Wie groß ist der Saal? Also der war mal größer, ist ein bisschen kleiner gemacht worden. Der war, glaube ich, doppelt so groß. Der war doppelt so groß, ja. Das ist echt gigantisch und bestuhlt passen 150 Leute rein. 150 Leute passen bestuhlt rein. So an Tischen passen so um die 80 rein, das ist schon ganz gut. Ja, ist jetzt nicht übermäßig groß, aber es ist schon kuschelig für Konzerte oder so auf jeden Fall. Gerade so für diese kleine Nische halt, wo auch Künstler sich mal ausprobieren können oder sowas, die zwar schon eine Bühnenreife haben, das finde ich ist immer ganz wichtig, weil die Leute müssen natürlich, wir können die Veranstaltung nicht kostenlos anbieten, sondern wir müssen Eintritt nehmen, um das zu finanzieren auch. Um vielleicht auch den Saal zu erhalten wahrscheinlich auch. Ja, um die Saal zu erhalten und sowas alles. Je mehr Leute halt kommen, desto mehr Gruppen kann man auch machen. Und unser Ziel ist es eigentlich schon, dass wir gesagt haben, wir wollen das Ding nicht nur an vier Terminen machen, sondern eigentlich einmal im Monat. Und dass sich das so rumspricht, in Kier 1, da gibt es hochwertige Kultur im kleinen Kreis, wo vielleicht auch mal ein bisschen mehr bezahlt wird. Oder dann durch das Mehrbezahlen dann auch mal Truppen irgendwie die Möglichkeit haben, wo man dann weniger Eintritt nimmt, wo eine gesunde Mischung halt ist. Das heißt, ihr habt ja schon die Vision, dass das Ganze noch wächst und gedeiht. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft gehen, 2020 Dezember, was würdet ihr eine Schlagzeile lesen wollen in der Zeitung? Und in welcher Zeitung? Ist ja alles offen, ne? Ja, ja, ist ja alles offen. Wie würde die perfekte Schlagzeile lauten? So richtig abartig, ja? So mit Madness abgestürzt im Weingut. Ja, genau, mit Madness abgestürzt im Weingut. Okay. Genau. Toschka und Wagner, Sturz besoffen bei Madness im Weingut, ja, wenn wir es dann gepackt haben. Das wäre so ein Trauma, so eine Gruppe auch zu bekommen. Irgendwie, auch wenn da auch, vielleicht hört es ja irgendjemand, vielleicht gibt es ja irgendwo einen tollen Künstler, eine tolle Musik macht, der will mal so ein ganz verschwiegenes Konzert machen. Dann würden wir auch ganz geheimnisvoll die Karten verkaufen. Das soll Kehr 1 auch sein. Wie so eine Art Underground-Geheim-Tipp. Ja. Genau. Ja, ich überlege gerade, sowas hat meines nicht. Oder ich weiß es nicht, weil es so Underground ist, aber so richtig mit Niveau, gut, trashig will ich nicht sagen, aber so vom Feel her. Also hattest du es beschrieben, Bianca, eben so ein bisschen, ne? Es gibt so ein paar Nischen-Kneipen oder auch Lokale, wo dann aber nur bestimmte Musikrichtung halt angeboten wird. Da wird mal Jazz angeboten oder in den Pubs wird viel Folk angeboten und Pop. Aber so die Mischung nicht so praktisch. Da träumen sie ein kleines Varietät her, nicht so groß, auch nicht so viel Chichi oder sowas. Wir haben jetzt zum Beispiel ganz wenig Licht noch da in dem Saal, das muss alles noch besorgt werden. Die beiden Mädels von der Truppe, die kommen mit ihrer eigenen Anlage an, ne? M&M. M&M, genau. M&M. Ja, ich hatte immer von ACDC geträumt, aber das hat sich jetzt irgendwie erledigt. Nein, es gibt doch super tolle Coverbands. Ja, eben, genau. Die sind nicht zu unterschätzen, ja. Aber das heißt, eines der Besonderheiten von KIA 1 ist auch eben diese Vielfältigkeit. Ja. Erzähl doch mal. Ja, du bist ja Künstlerin, genau, das habe ich auch schon mitbekommen. Wurde es gegautscht? Und ich wurde gegautscht, ja. Gegautschte Künstlerin, ja. Ja. Ich kann drucken, yay. Ja, genau. Ja. Ja, was kann ich erzählen? Was gerade so anliegt, ein ganz tolles, großes Herzensprojekt. Ich male mit einem 16-jährigen Jungen aus der Kinderonkologie und wir haben eine Ausstellung geplant. Wir kennen uns jetzt seit letztem Jahr November persönlich und haben in der Zeit uns mehrmals getroffen, haben zusammen gemalt, haben uns Aufgaben gestellt, haben Texte illustriert oder wir haben kleine Sätze ausgetauscht und der andere musste das eben dann irgendwie bildlich darstellen oder wir haben ein Bild angefangen und der andere macht es zu Ende. Ja, es war eine ganz, ganz spannende Begegnung oder ist es, weil wir sind jetzt total eng befreundet. Das ist total schön. Andreas hat schon gesagt, er ist jetzt ein Familienmitglied und er hat ihn noch nie getroffen. Ja, wow. Und er ist wohl geheilt. Das ist auch sehr schön. Seit ein paar Tagen. Seit ein paar Tagen. Offiziell, genau. Also er muss noch zur Behandlung jetzt ein Jahr hier nach Deutschland kommen, weil er eigentlich in Rumänien wohnt. Nur sein Papa ist hier und seine Tante und dann, ja, wird es auch nochmal anstrengend für ihn, aber er ist echt gut drauf. Es ist total schön mit ihm. Super schön. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das kam ganz, ganz komisch über eine Freundin von uns, die ist Kinderärztin in der Onkologie und meinte irgendwann, ja, kennst du jemanden? Kennst du einen Maler oder eine Malerin in Mainz, die vielleicht mal ins Krankenhaus kommen könnte? Wir haben einen Jungen, der malt total toll. Kennst du jemanden? Und dann kriegt sie auf einmal einen totalen Lachanfall und meint, ach so, ja, du, du könntest es ja machen. Wow. Genau. Ja, und dann habe ich ihn angeschrieben über Facebook und dann hat er gleich zurückgeschrieben und hat, also er hat auch gleich gesagt, ja, ich dränge sehr, also muss ich darauf einstellen. Ich bin immer gleich, ich bin immer in Eile, ich will immer was machen und ich bin immer dabei, euch mit der Peitsche zu jagen, das hat auch meine Freundin gesagt. Also, ja. Aber dann passiert halt auch was, ne? Ja, auf jeden Fall. Er hat eine ganz große Lust aufs Leben. Das ist eben schön. Wow, toll. Super schön. Gibt es da schon nähere Infos zu eurer Ausstellung? Nein, noch nicht, die ist jetzt in Planung, weil dann halt die Behandlungstermine müssen eben dann auch nach der Ausstellung gelegt werden und je nachdem, wie wir einladen. Und das wird dann eben im Elternhaus stattfinden vom Förderverein für Tumor- und Leukämie-kranke Kinder. Das ist ja genau in der Nähe von der Kinderonkologie, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ist aber nicht das Ronald-McDonald-Haus. Ne, auf der anderen Seite sozusagen. Ah, okay. Genau. Und die haben uns gleich angeboten zu helfen und wir könnten auch sogar da malen, aber das hat sich bisher noch nicht ergeben. Aber vielleicht in der Zukunft. Ja, genau. Das ist eine ganz tolle Einrichtung. Und das Witzige ist, diese Frau, die Bianca, die lernt immer solche Leute erstmal auf der Straße kennen. Auch diese Ärztin da, wo sie sagt, die hat sie eigentlich kennengenannt über den Imran. Der Imran ist nämlich ein Straßenmusiker aus London, der hier zu seiner Frau gezogen ist. Da meint sie die Kinderärztin ist. Und den Imran hat sie auf der Straße als Straßenmusiker kennengenannt und angequatscht. Ja, das war auch ein ganz komischer Tag. Ich hatte ihn schon öfter spielen sehen und einmal hatte ich noch ein bisschen Zeit, habe einen Kaffee getrunken vor der Arbeit. Und dann hat er den ganzen Marktplatz so verzaubert. Auf einmal wurde alles ruhig und sogar die Tauben kamen angeflogen. Alles war total ruhig. Ich dachte, oh mein Gott, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, muss ich ihn anschwätzen. Egal, was passiert. Und das war dann zwei Tage später der Fall. Und dann haben wir uns angefreundet irgendwie. Er wollte dann auch, oh Gott, jetzt geht es weiter, zur Johannesnacht kommen, wo ich samstags, äh, nee, Quatsch, sonntags immer bei der Lesung der Stadtschreiber oder der Stadtschreiberin male und erzeichne während der Lesung. Und das Bild wird dann für einen guten Zweck versteigert. Und er hat eine Sache. Noch eine Sache, die wir dann gar nicht später noch. Da kommen wir nochmal drauf zurück. Genau. Und jedenfalls hat er gleich gesagt, oh, da will ich unbedingt dabei sein und ich bringe meine Frau mit und meine Tochter. Und ja, okay. Und wir haben gedacht, na, der kommt nicht, er hat es vergessen. Und dann kam er doch. Und seitdem sind wir ganz eng befreundet. Und dann kam das mit dem Jungen zustande. Wow. Auf einmal sind das so richtige Netze. Man kann jetzt wirklich die, ja, die Fäden nachverfolgen. Ja, ich sage ja immer, man versteht das Leben erst rückwärts. Wenn man dann in der Workshop schaut, dann ergibt alles irgendwie einen Sinn. Ja. Das macht Sinn. Das überlegen wir uns manchmal auch. Das ist so zum Beispiel auch unsere Geschichte. Ja. Jetzt sehe ich jetzt mal gerade, das wirkt auch so ein Graberwitz, wo ich sage, manchmal macht das Leben echt Sinn. Das war so irgendwie die Geschichte gewesen. Ich habe zwei Kinder, die sind zwölf und fünfzehn. Und habe mich irgendwann, 2013 habe ich mich von meiner Frau getrennt. Also wir haben uns beide getrennt. Und dann war ich erst mal alleine, hatte noch mal irgendwie so eine Liebesbeziehung, in der ich schlief und sowas alles. Und irgendwann bin ich dann mal in Mainzer Club gegangen, beim Norbert Schön hinten, in schon schön. Gute. Abends. Gute, Gute Norbert. Gute Norbert. Schon schön bei dir. Und habe so ein Konzert gehört und da war sie mit ihrem damaligen Freund, war da auch nicht ganz so glücklich. Ja, genau. Und da habe ich mich getraut, was ich nie gemacht habe. Wir haben uns angeguckt und dann habe ich es die ganze Zeit angeguckt und die Musik spielte und dann habe ich gedacht, boah, das ist sowas aufregend, aber ansprechend. Wollte ich es nicht. Und dann habe ich das gemacht, das habe ich noch nie gemacht, wirklich noch nie gemacht. Ich habe ein Programmheft genommen und habe gesagt, wenn du mal Bock hast, auf einen Kaffee ja draufgeschrieben, hier ist meine Telefonnummer. Nein. Und bin so zu ihr rübergestolpert, habe ihr das so gedacht, hier, damit du über das Programm informiert bist. Und bin dann aus dem schon schön weg, nach Hause gefahren und habe bloß gesagt, oh Toschka, was hast du denn da schon wieder für einen Scheiß gemacht? Jetzt ist gerade so irgendwie mal über die Trauerphasen hinweg und jetzt fängst du sowas an. Zwei Tage später, ich steige am Pariser Tor ein. Wer sitzt, der Tram? Nein. Nein. Das ist doch nicht was. Das gibt es ja nicht. Dann sollte es sein. Ja. Definitiv. Definitiv. Ja, das klingt aber erst so. Das klingt erst so. Das klingt nur so. Ich habe jetzt eine Frage. Warum hast du nicht zurückgeschrieben? Ach, die Geschichte. Oder war das vielleicht auch deine Frage? Hallo, du hast mir gar nicht geschrieben. Das war nicht der Grund. Das war dann eher diese komische, es war keine Beziehung, es war eher nicht so, glaube ich, öffentlichkeitstauglich, sagen wir es so. Okay. Ist das dir auch gleich aufgefallen, eben schon schön? Ja. Ja. Ja, ja. Ich wollte ja schon eigentlich nicht ins schon schön, weil, wie gesagt, es war jetzt nicht so. Die Stimmung war nicht so gut. Nee, die war noch nie so gut. Könntest du das nochmal wiederholen, dass ich dir aufgefallen bin? Ja, und da war dieser Mann, der ist da rumgestolpert, der hat da ein Programmheft vor sich hingedraht. Ich erzähle das immer so. Der hat die ganze Zeit geschrieben, so ein Stapel Programmheft. Ja, dann hat er das bei mir vorhin gelassen. Ich erzähle das halt immer so, weil die Geschichte geht natürlich weiter. Er hat gesagt, ja, wir unterhalten uns in der Elektrisch und dann sind wir beide zusammen, glaube ich, am Schillerplatz raus und war ganz nett. Dann habe ich gesagt, ist okay, das Angebot zum Kaffee steht. Und daraufhin schrieb sie mir dann eine SMS hier. Das war wunderbar, dass wir uns getroffen haben. Welch ein toller Zufall. Und jetzt hast du schon mal meine Telefonnummer. Ich habe es einfach weitergegeben. Und ich habe halt ihr nur geschrieben, weil ich bin dann doch manchmal schon ein bisschen gut erzogen. Ich habe ihr geschrieben, okay, melde dich, das Angebot zum Kaffee steht. Und das war es dann. Und dann haben wir nie mehr was voneinander gehört. Das Angebot stand und stand und stand. Und das war im Januar oder im Februar und dann ging der Sommer weg und dann verschwand sie bei mir auch ein bisschen weiter in den Hinterkopf rein. Und dann war der 23.12.2015, ich saß am Höfchen, hatte gerade noch für meine Kinder Weihnachtsgeschenke eingekauft, war fix und fertig und auf einmal geht Bianca vorbei mit ihrer Mama. Nein. Und sagt, hallo, Gude. Das gibt es doch nicht. Und in dem Moment ist mir sofort ihr Name eingefallen wieder. Ich wusste, ich hatte ihre Telefonnummer und habe ihr dann auch direkt geschrieben, okay, jetzt aber mal, das Angebot steht noch immer. Oh mein Gott. Und dann hat sie mich hängen lassen über Weihnachten, Silvester. Schon wieder, Bianca, was ist los? Bianca. Aber dann am 6. Ja, aber dann muss ich Zeit lassen. Aber dann am 6. Januar war es dann soweit. Da haben wir uns dann das erste Mal getroffen. Wieso hast du deine Meinung geändert dann? Also du hast ja ziemlich viel Zeit gelassen, obwohl er dir aufgefallen ist. Was war da los? Ja, das klang jetzt auch viel schlimmer, als es war. Also ich hatte das Programmheft die ganze Zeit in meiner Handtasche. Ich habe das jeden Tag mitgeschleppt. Ach, echt? Ja. Und es ist nicht, weil ich so ein Jackler bin, sondern ich habe das wirklich bewusst immer in meiner Handtasche mitgehabt. Es war einfach noch nicht die Zeit. Ja, genau. Sagen wir es so. Wir hatten beide noch was zu klären, glaube ich, im Leben. Ja, manchmal ist es auch besser, ein bisschen zu machen. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, du wolltest für den Andreas ganz frei einfach sein. Frei von altem Geworschtel. Ich weiß nicht, wie ich es besser sagen würde. Nee, Geworschtel ist schön. Geworschtel. Genau. So war es auch. Bevor eine neue Tür aufgeht, muss erst mal vielleicht eine andere, ein bisschen mehr beigemacht werden. Auf jeden Fall. Wenn man da sich dran traut. Nee, ist schon richtig. Ist gesund. Schöne Geschichte. Wie spannend, dass ihr euch jedes Mal wieder getroffen habt. Zufällig, dass ihr euch immer über den Weg gelaufen seid. Das stimmt. Meinst du, ist halt auch ein Dorf? Absolut. Ja. Ja. Also, das war eine superschöne Geschichte von euch. Aber Bianca, du hast vorhin noch ein anderes Projekt von euch erwähnt. Das heißt, ihr engagiert euch ja offensichtlich sehr gerne und tut Gutes. Ja. Erzähl doch mal, was gibt es denn da noch für ein Projekt? Du hast gesagt, du zeichnest Karikaturen. Nee, ich zeichne auch Karikaturen. Also, wenn jemand Interesse hat, mache ich auch. Ähm, nein. Also, ich zeichne den Stadtschreiber oder die Stadtschreiberin bei der Lesung auf der Johannisnacht. Die ist immer sonntags um elf. Und meistens nehme ich dann Sachen aus den Geschichten, die sie vorlesen und verarbeite das in ein Bild. Dann gibt es auch immer noch das aktuelle Buch mit einer Zeichnung von mir dann nochmal von der Stadtschreiberin oder dem Stadtschreiber. Genau. Und das wird dann versteigert für einen guten Zweck. Und das ist immer eine sehr schöne Aktion. Macht immer sehr viel Spaß. Guter Zweck. Wer konnte davon von den Aktionen bisher so profitieren? Falsche Mensch bei der ersten Lesung mit Abbas Kida. Und dann ging es an den Förderverein für Tumor und Leukämie, kranke Kinder. Genau. Und dieses Jahr sind wir noch auf der Suche. Wenn irgendjemand ein soziales Projekt aus Mainz weiß, wofür es sich lohnt einzusetzen, was schön ist, was gut ist, was solide auch ist, wo man Geld hingeben kann, lasst uns wissen. Gerne. Weil ich muss immer dann, ich versteigere die Sachen immer sehr gerne von ihr, versuche viel Geld dann für ihre Kunst herauszubekommen für einen guten Zweck. Und es macht riesigen Spaß. Und du kannst was Gutes tun. Das ist gut. Wichtige Frage. Wie kann man euch dann erreichen oder finden? Internet auf jeden Fall eingeben. Bianca Wagner. Da kommt ihr eigentlich direkt drauf. Bianca Wagner Mainz kommt ihr noch direkt drauf. Oder ihr sucht Bianca bei Facebook unter Biva Design oder gebt einfach Bianca Wagner ein. Dann kommt ihr auch auf die Seite, auf ihre Kunstseite. Mich findet ihr auch im Internet unter Andreas Toschka. Was ich mal so reinwerfen möchte, ist mir wirklich ganz wichtig, weil das ist mir aufgefallen in Mainz. Wir sind eine geile Stadt mit geilen Menschen und so soll es eigentlich auch bleiben. Und manchmal kommt so ein Zungenschlag in Mainz rein mittlerweile durch diverse Bevölkerungsecken, die ich nicht so gerne höre. Das heißt, im Endeffekt, ich finde ganz einfach, wir Mainzer sollten dazu zusammenstehen, dass wir auch weiterhin eine tolerante Stadt sind. Immer miteinander kämpfen für die Gerechtigkeit bei uns in der Stadt. Und das ist mir ganz wichtig, nochmal zu sagen, ganz einfach. Weil Mainz ist eine geile Stadt mit geilen Menschen. Da sind geile Menschen weggegangen. Da sind auch geile Menschen wieder dazugekommen. Und ich sage immer, Leute, die hier in Mainz Stunk machen wollen, sollen doch bitte woanders hinziehen. Auch die nur alles schlecht reden wollen. Weil Mainz ist schon, wir haben viele Probleme, wir haben Baustellen und sowas, wir haben Sanierungsstau. Aber insgesamt, muss ich sagen, haben wir eine der tollsten Städte, die es gibt, auch von Menschen her. Ja, und gerade diese ganzen Baustellen und so, die sind halt auch wichtig. Man muss es halt mal machen. Und danach hat man es aber schön. Richtig. Und es gibt ja keinen Fortschritt. Genau. Und Vielfalt ist auch Reichtum. Den Satz habe ich gestern noch erst wieder gehört. Schön. Und es ist so. Ja. Vielfalt ist Reichtum. Das ist ja Punkt. Punkt. Genau. Da will ich auch gar nichts dazufügen. Vielfalt ist Reichtum. Heute habe ich wirklich die Eisbrecherfragen dabei. Also Eisbrecherfragen bedeuten bei uns Fragen zum Schluss, was ja unüblich ist bei Eisbrecherfragen. Aber bei uns ist das so. Und dann schlage ich vor, da wir heute ja zwei Gäste haben, ziehen wir heute zwei Eisbrecherfragen. Für jeden eine. Ja. Ja. Wer möchte denn anfangen? Ich. Ich. Bianca fängt mal an. So, du darfst mal her. Okay. Okay. So. So, wir legen jetzt Karten. Okay. Ah, cool. Mein letztes Fassnachtskostüm war Tiger. Ich war die Tiger. Und jetzt könnt ihr raten, wer die Tundra war. Yes. Ich war die Tundra und hatte so eine wunderbare pinke Ente auf dem Kopf, ja. Ja, er war der Mann mit der pinken Ente und ich hatte einen Wald auf dem Kopf. Ich wollte gerade fragen, wie sieht man denn als Tiger? Ziemlich gut. Hat auch viele Nerven und Zeit gekostet. Das war auch selbst geschneidert. Ja, immer. Immer. Das ist natürlich mein Anspruch, dass ich mich ab Weihnachten schon drauf vorbereite. Und wir waren beide sehr glücklich in Strumpfhosen, ne? Ja. Ich stehe dazu, dass ich an Fassnacht gerne Strumpfhosen trage. War ein bisschen unangenehm dann auf dem Weg zum Klo wahrscheinlich. Das heißt, ihr seid aber auch so Fassnachter durch und durch. Nein. So teils teils. Nein. 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 Wir müssen uns selbstständig dazu überreden, aber dann schon, wenn wir auf der Gasse und sowas nicht übertrieben, aber wir sind schon mal ein bisschen unterwegs. Da macht es ja doch Spaß. Ja. Die Dosis macht es wahrscheinlich. Also mir macht doch viel zu viel Spaß, das Kostüm zu machen. Und das wäre ja blöd, wenn man es dann nur in der Küche anhat. Obwohl, geht auch. Social Media macht es ja möglich. Man kann es ja die ganze Welt ausmachen. Wir sind wieder unterwegs. Genau. Dann machen wir jetzt mal weiter mit dem Andreas. Zweite Frage. Also erste Frage für Andreas. Einzige Frage auch. Was erzähle ich? Ja. Also ich denke mal, da gehört ein Was. Was möchte ich in meinem Leben auf jeden Fall noch machen? Mein Traum ist es, und jetzt bitte alle Reisebüros in Mainz hören, ich würde gerne einmal den Mississippi rauf und runter fahren. Da hätte ich Spaß dran. Mit einer längeren Übernachtung in New Orleans, gute Musik hören. Das wäre cool. Das klingt spannend. Was ist mit dem Rhein? Schon gemacht? Rhein schon gemacht. Okay, gut. Dann darfst du. Dann darfst du. Können wir aber auch erst mal. Erste Fahrt, Grundschule, mit dem Bötchen, der KD zum Drachenfels. Der Klassiker. Der Klassiker. Natürlich. Und mit Oma nach Königswinter. Ja. Haben wir noch was? Nee, nur die Lüge in meinem Personalausweis. Die Lüge in deinem... Jetzt machst du uns aber neugierig. Erzähl mal. Nein, also da steht wie? 1,68 steht drin. 1,68. 1,68. Und die Wahrheit? Das kann nicht sein. Ja, genau. Das kann nicht sein. Die Wahrheit liegt irgendwo darunter. Aber die Frau meint, oh ja, das sind so 1,68. Das passt schon. Ja. Mit dem Augenmaß oder was? Ja, ja. Prima, Daumen. Ja. Passt. Aber jetzt, wo du es sagst, stimmt. Man gibt es ja... Also ich durfte es selbst eintragen. Ja, du kannst alles reinschreiben. Das geht nicht weiter. Ich hab da auch ein bisschen geschummelt. Du hast geschummelt? Ich hab geschummelt, ja. Wie groß bist du? Das sag ich nicht im Podcast. Nee, laut Ausweis. Nein, laut Ausweis. Ich weiß, weil ich bin 1,60 und du bist kleiner als... In meinem Ausweis steht 1,64. Dann bin ich 1,70. Das ist doch eine. Dann bin ich 1,70. Das ist ja eigentlich Blödsinn. Total blöd. Ja. Aber es ist ja auch lange her, dass ich das beantragt habe, das Teil. Kleine Menschen oder kleine Wesen leben länger. Wo ist biologisch bewiesen? Ja. Also wir leben länger. Bei den Hunden ja auch so. Kleine Hunde. Ja. Ich wollte es nochmal anmerken. Ja, richtig. Gut. Dann ist es auch geklärt. Dann sagen wir... Die Gude. Ja, dann... Schön, dass er bei uns war. Gerne. Hat Spaß gemacht. Viel Erfolg. Euch hat es... Gute Sache. Gut für Mainz. Ja, euch auch. Und wir hoffen, dass Ebersheim mit euch jetzt und dem großen, großartigen Saal eine ganz, ganz tolle Kulturstätte gewonnen hat. Ich wollte gerade sagen, ich bin der Meinung, wir sollten auf jeden Fall mal vorbeikommen. Das kann ich noch sagen. Es gibt natürlich auch bei Facebook gibt es eine eigene Seite, Kier 1. Kier 1. Oder ihr gebt ganz einfach Internet Kier1.de ein. Okay. Wir verlinken es in den Show. Genau. Perfekt. Dann findet es jeder gleich. Dann findet es jeder für die nächsten Termine. Ach so, was ich noch habe. Ja. Vielleicht Reichtum und Vielfalt und Bildung und überhaupt. Nurok heißt auf Rumänisch Prost. Nurok? Nurok. Nurok. Ja. Ach so, wenn die anstoßen. Wie Nurok? Nurok. Nurok. Ja, genau. Das war das Erste, was ich gelernt habe von dem krebskranken Jungen. Ah, cool. Das ist das Wichtigste. Nurok. Dachten wir auch, ja. Cheers. Und er freut sich jetzt auf den ersten Wein. Auf der Erste Woi. Aber das ist schön, dann fängt für ihn noch ein bisschen mehr da Genuss an. Nicht nur wegen dem Wein. Nein. Auch. Nein. Aber so richtig. Genau. Also Nurok. Das freut mich so. Nurok. Na dann sagen wir alle Nurok. Mainz gehört der Podcast für über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.